Hey, Uwix, jetzt in einer weiteren Folge 6 Schanzen, 6 Minuten und ja, wir starten direkt gleich rein in diese Folge für diesen Monat, denn es ist die letzte Ausgabe von dem Sommer und eben keine Zeit zu verlieren, denn wir haben wieder 6 super Schanzen. Natürlich wieder von DSJ24.pl Kommen wir zur ersten Schanze, Shushinsk HS140 von Grigosch. Ja, also es gäbe schon die wunderbare HS99 Variante und da die Schanze auch wie in echt das gleiche Stadion benutzt und die eigentlich nur so schräg obendrauf ist, so ein bisschen drüber über die andere Schanze, haben wir das natürlich hier auch wieder und hier ist die HS140 endlich hier ein wundervolles, wundervolles Teil an sich. Mehr kann man dazu nicht sagen, das ist einfach wow. Kommen wir zur nächsten Schanze, nämlich Westby HS118 von Wojtek Schiller und Xenitao. Ja, von der Schanze gab es nicht viele Daten, außer mehr oder weniger das Aussehen und das ist eine alte US-amerikanische Schanze, die hier und da nochmal aktiv ist und ich muss sagen, es ist eine Wahnsinns-Schanze, sie hat einen Wahnsinn-Rekord in echt und diesen Wahnsinns-Rekord kann man auch in DSJ4 erreichen. Ich glaube, der Schanz-Rekord liegt bei 130 Meter, mein weiterer Sprung war bei 128,5. Also ich denke schon, dass man diesen Rekord auf dieser Schanze schaffen kann und ja, bin ich neugierig, wie und wann und wer das machen wird. Aber sonst auch wieder eine sehr, sehr schöne Konstruktion und ja, Wahnsinns-Schanze halt, ne? Mehr kann man dazu nicht sagen, sehr, sehr schön. Wollte ich eigentlich selber machen, aber hey, wäre zu schwer gewesen ist wahrscheinlich für mich. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Schanze, die kenne ich nämlich in echt auch, nämlich die alte Schanze in Eisenerz, die direkt im Zentrum ist, nämlich die alte K-75 Schanze von Bluesiark. Der hat die alte Tull-Schanze nachgebaut in Eisenerz und sogar mit Schriftzug obendrauf, was ich sehr, sehr fein finde. Ein sehr, sehr schöner Nachbau geworden und wenn man es mit Bildern vergleicht, ziemlich ähnliche Flugkurve und alles und ja, ich muss sagen, sehr, sehr schöne Schanze und ich kann kaum erwarten, bis die verifiziert wird. Ja, endlich wieder mal eine Weltcup-Schanze. Nischnitagil HS134 und damit ist fast der komplette Weltcup kompletiert. Was für eine wunderschöne Schanze. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ich hätte auf jeden Fall nicht die Geduld dafür gehabt, um das hier zu bauen. Wunderschön auf jeden Fall. Man sieht hier überall die Details, unten drunter vor allen Dingen, wie ich hier versuche mit der Kamera umzugehen auf jeden Fall. Und ja, was gibt es hier zu sagen? Es ist wie in echt. Es gehen sich sehr, sehr weite Flüge aus. Und ob Leute über 140, weit über 140 kommen, sei jetzt mal dahingestellt, sage ich mal. Mein Rekord ist knapp über 140 im Moment. Ich würde sagen, 143 und 144 ist vielleicht für Top-Leute weltweit möglich. Und ich bin auch gespannt, wie sich die rekordtechnisch entwickeln wird. Und natürlich sehen wir die dann auch nächstes Jahr im Weltcup. Auch ein wahres Meisterwerk wieder an sich ist Harachov 1996 von der Skiflugwem damals, von der berühmten, mit dem hängenden Skispringer, den wir selbst hier haben auf dem Sessellift handgemacht. Wahrscheinlich in Blender oder sonst irgendwas. Aber trotzdem Wahnsinn. Auch das uralte Windnetz und das Profil von damals sind einfach unfassbar cool. Ich meine, wenn man hier den Sprung anschaut, wie hoch wir wegkommen. Allein schon jetzt bei einem schlechteren Sprung, der jetzt hier schon so hoch ist. Und ja, man kann über 210 hier springen bei diesem Profil auch. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Es ist einfach eine ultra schöne Schanze. Und das macht irgendwie Harachov sogar für mich zu springen sympathisch, muss ich sagen. Also, klasse von Harachov. Und oh das großes Tralala kommt zum Ende wieder eine Schanze von mir, nämlich Sinaya HS163. Hoffentlich bald auch im Spiel online verfügbar mit Weltrekorden natürlich. Wir werden sehen, wie, wann, wo. Aber ja, hier meine ausgedachte fiktionelle Schanze. Und ich denke, die ist ganz gut geworden. Und da wir heute sehr viel mehr zu Schanzen zu sagen haben, werde ich mich hier kurz fassen und nochmal mit Bildern hier von dieser Schanze verabschieden. Und diesmal sagt mir wieder eure Meinung. Und wir sehen uns dann demnächst wieder nach der Sommerpause mit 6 Schanzen, 6 Minuten. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann wieder Ende des Sommers. Bis dahin springt schon brav weiter. Bis dahin springt schon brav.